Hallo Leute und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Dark Cloud. Wir machen jetzt hier weiter, ähm, wir gehen erstmal noch nicht... Ups, wir gehen noch nicht ins Verlies, aber ich merke gerade, ich kann mich da auch schnell porten. Ähm, wir wollen jetzt erstmal hier bauen. Das haben wir nämlich im letzten Part hier einiges freigeschaltet. Sag mal, ich muss erstmal rausfinden, wo ich hin muss. Achso, hier muss ich klicken. Und zwar, da ich ja sowieso jetzt am Anfang noch nicht wirklich Anforderungen habe, ähm, ist eigentlich egal, wo ich es platziere. Deswegen kommt das jetzt erstmal hier hin. Kann ich das gleich... Ja, ich kann das hier zusammenbauen, seht mal hier. Bis jetzt brauche ich auch das noch nicht wirklich platzieren. Ähm, weil ich auch platzieren sollte, ist zum Beispiel... Macho. Machos Name ist Programm lässt kein Training aus. Platzcharakter, tägliches Training sorgt für Muskeln. Platzcharakter, klein aber sehr stark. Und dann gibt's Fragezeichen, weiß nicht, was hier her gehört. So, er ist garantiert nicht klein, er muss hier hin. So, ich könnte es auch hier versuchen, aber das ist ein Fehler. Okay, und dadurch haben wir diesen Charakter jetzt hier platziert. Ich werde mich jetzt selber kurz dahin porten. Ähm, den Charakter und sein Haus. Und da ist der Charakter, wir müssen nur nah genug ran. Hallo. Oh, Maru, ich hab dich so vermisst. Ein Tag, an dem ich dein schönes Lächeln nicht sehe, ist ein verlorener Tag. Hi. Falls du meinen großen Bruder siehst, sag nicht, dass wir uns gesehen haben. Ja, ich verlasse mich auf dich. Was? Wieso? Sei vorsichtig mit der Statue. Dein Schwert wird sich blitzschnell abnutzen, wenn du normal kämpfst. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht so plötzlich das Thema wechseln. Es ging um den Kampf. Das Duell ist eine Sache des Timings. Wenn du einen guten Kampf hinlegst, wirst du von den Erdfeen belohnt. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht sicher. Im Kampf ist Timing alles. Falls nötig, zieh dich zurück, aber greife an, wenn du kannst. Echte Kämpfer können das. Hör dir das an. Wenn ich mir Claude's überschüssiges Fett ansehe, werde ich einfach nur wütend. Er versteht ja gar nicht, wie ein Mann auszusehen hat. Okay. Das Verlies wird schwerer nach der neunten Ebene. Letztens hätte ich fast Mist gebaut. Huch, du warst noch gar nicht dort. Tut mir leid, tut mir leid. Okay, und dann geht's wieder von vorne los. Okay, wie soll das Dorf aussehen? Der Kampf ist der wahre Sinn des Lebens für einen Mann. Diese Tatsache kennst du doch, oder? Okay. Das heißt, er will in der Nähe einen Übungsplatz oder so. Und wenn ich damit fertig bin, hmm, da solltest du meinen Bruder fragen. Das ist garantiert der andere, der da wohnt. Wie soll dein neues Haus aussehen? Hör zu, vergiss nicht, mein Zimmer zu vergrößern. Und bitte lege die Hantel nach draußen. Okay, da muss eine Hantel hin. Und wieder dasselbe. So, und deswegen haben wir jetzt ein paar Hinweise schon mal bekommen. Was wir hier, wie wir das Haus ausbauen. Aber die Position ist noch nicht ganz safe. Auf jeden Fall soll wahrscheinlich in der Nähe ein Übungsplatz oder so. Kann ich da zoomen? Wahrscheinlich nicht. Da will ich aber gleich auch noch rein. Egal. Weil, ähm, erstmal ist hier jetzt Platz für die Hantel und hier Platz für ein Zimmer. Dadurch soll das Zimmer vergrößert werden. Dadurch wird dann auch, ähm, bin ich dann auch in der Lage, hier mehr zu erforschen. Oh, es wird gerade Tag. Okay. Abenteuertag 2 morgen. Ähm, ja, es... Konstant wird der Tag verändert. Aber ich glaube, das hatte keine Auswirkungen. Sodate wir das gebaut haben, bekommen wir schon mal eine kleine Truhe hier draußen. Und bekommen da ein Brot geschenkt. Und da ist noch eine Truhe. Ein köstliches Wasser. Sehr gut. Und da ist eine Leiter. Aber ich glaube, die ist nicht benutzbar. Sieht nicht so aus. Und dann können wir hier rein. Ich glaube, Machu hat sich jetzt auch rein teleportiert. So, und das hier ist das Haus von ihm. Hier ist eine Hantel. Okay. Hier ist er selber. Hi. Ja, okay. Er sagt dasselbe, wie wenn er draußen ist. Bis jetzt können wir aber noch nicht viel machen. Die Tür, da bringt noch nichts. Da ist wahrscheinlich sein Zimmer. Hier ist ein Schrank. Hier ist bis jetzt also noch nichts. Aber dadurch, dass wir das Haus platziert haben, sind schon zwei kleine Truhen aufgetaucht. Und die konnten wir ausnehmen. Das Einzige, was ihn sonst interessiert, ist, dass halt, äh ja, die Hantel draußen liegt zum Beispiel. Aber auf jeden Fall, dass, äh, in der Nähe ein Übungsplatz, nehme ich an, ist. Und ich speichere jetzt hier nochmal kurz, bevor ich da reingehe. Aber das macht keinen Unterschied. Man kann ja eh nicht wirklich sterben. Ich glaube, man kann sich einiges verbauen, wenn man nicht aufpasst. Man sollte also vielleicht ab und zu laden. Aber ich gehe jetzt einfach direkt ins Verlies und hoffe, dass ich meine Waffe nicht schrotte. Denn das wäre das Einzige, was mir gerade einfällt, was kritisch wäre. Geld habe ich ja noch nicht viel. Das macht noch nichts aus. Die 10 Gold oder so, die ich habe. Und Höhle 1 ist abgeschlossen. Und hier steht was von 28. Ich bin nicht 28 Mal gestorben, also weiß ich leider nicht, was das Symbol bedeutet. Vielleicht, wie viele Gegner ich gekillt habe. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt sind wir in Ebene 2. Und haben eine neue Waffe, wie ihr seht. Oh, und es passiert gleich wieder was. Eine Katze. Mit einer Glocke. Und die rennt weg. Die rennt offensichtlich in die nächste Ebene. Denn das hier scheint der Ausgang zu sein. Da muss ich dann... Da ist ein großes Schlüsselloch. Da muss ich dann, ja, ziemlich safe wieder dieses Ding platzieren. Rennen ist sogar ein Gegner. Aber das hat... Da weiß ich nicht genau, wo der ist. So, hier sind Sprinter. Oh, Two-Hit. Okay, das ist schon mal viel mehr Damage. Die Waffe lohnt sich jedenfalls. Ich muss nur aufpassen, dass sie nicht hier geht. Könnte aber auch daran liegen, dass ich das richtige Element für diesen Gegner habe. Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier genau umgucken will. Wenn die Karte eh anzeigt, dass da nichts versteckt ist. Das ist immer noch ein bisschen schwierig mit der Kameraführung. Da ist es gelett. Oha, One-Hit. Die Waffe ist ja echt sick. Okay, wir haben auf jeden Fall eine große Steigerung. Jetzt haben sie wieder ein kleines Problem. Kommt weiter an. Oh mein Gott. Okay, wenigstens nicht vergiftet. Ich hasse die Fledermäuse. So, was bekommen wir denn hier? Eine Lampe. Okay, die brauchen wir bis jetzt noch nicht. So, und hier hat es schon mal einiges. Da sind schon mal drei so Atlas-Teile. Und zwei Drohnen, wenn ich das gar nicht richtig gesehen habe. Eine Leiter, okay. Ja, zwei Drohnen. Pages Haus. Okay, das nächste Haus für einen NPC ist schon mal gefunden. Und wir bekommen ein bestes Huhn. Sehr schön. Oh, und Gegner. Windmühlenflügel, okay. Und dann ist hier noch ein Item. Seite. Ich schätze mal, die halt, wenn man klebrig ist. Nein! Ah, warte. Oh Gott. Ich muss bei dem... Ich weiß nicht, welche Strategie ich bei der Fledermaus einsetzen soll. Jawohl. Jawohl. Der Sprit ist auch fast hinüber. Okay. Die Aufladstrategie funktioniert halbwegs. Man muss halt echt super timen. Ah, die Fledermaus hasse ich jetzt schon wie die Pässe. Und dieses... Diesen Bonus gegen geflügte Gegner habe ich auch verloren durch das Aufwerten. Das war dumm von mir, aber das wusste ich nicht besser. Was bist du denn jetzt? Ein Jammich. What the fuck? Okay, One-Hit. Aber der hätte mich beinahe getroffen. Und ich will nicht wissen, was dann passiert. So, was bekommen wir hier? Fluchtpulver. Okay, das ist schon mal nett. Und einen Anbau. Okay. Das könnte ja auch ein Zimmer sein. Keine Ahnung. Aber hier brauche ich wahrscheinlich wieder WD-40. Denn ich habe keine Ahnung, was ich hier sonst einsetzen sollte. Wäre nicht klebrig zuständig. Und diese ewig lange Animation ist extra dazu da, dass man nicht wirklich alles durchprobiert. Nur die Dinge, die halbwegs Sinn machen. Und nichts davon macht auch nur halbwegs Sinn. Okay. Jetzt haben wir noch einen Weg vor uns vorerst. Vielleicht kommen wir ja durch zwei Ebenen. Wer weiß. Die neue Waffe war auf jeden Fall sehr gut für mich. Die Gegner sind noch dieselben. Aber die Waffe ist erheblich besser. Ich muss nur aufpassen, dass die nicht kaputt geht. Aber ich werde ja gewarnt zum Glück. Ich bekomme langsam schon wieder Durst. Das ist auch super. Ich habe nämlich viel zu wenig zu trinken in diesem Spiel. Beziehungsweise ich brauche viel zu viel zu trinken. Ich kann es ja noch nicht mal irgendwo herbekommen. Außer der Bürgermeister schenkt es mir halt. Ich vergesse immer, dass die One-Hits sind. Ich mache viel zu viel Schaden. Okay. Da ist wieder mein Lieblingsgegner. So, ich muss kurz trinken. Und das Vieh bleibt in der Luft schweben. Okay, es war irgendwie noch am Leben. So, da haben wir noch was. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Eine Hantel. Ah, okay. Das ist schon mal was Tolles. Das können wir gleich einsetzen bei Machos Haus. Ich glaube, wir sind da auch schon fast fertig. Einer der nächsten Gegner müsste das, äh, den Schlüssel schon haben. Wir haben erst 10 Minuten verbraucht. Und ein Zimmer. Das könnte ebenfalls für Macho ganz gut sein. Da ist noch ein Teil. Ich glaube, dann haben wir schon alle. Ansonsten ist hier in dem Raum anscheinend nichts. Außer ich bin zu weit weg und sehe es noch nicht. Aber sehen wir gleich. Mini-Macho. Ah, okay. Das ist sein Bruder. Den haben wir auch schon. Damit können wir... Okay, wir haben doch noch mehr. Ah, ein Skelett. Das ist schön. Oh. Au. Dammit. Und das Ding. Auch One-Hit. Okay. Und es droppt den Schlüssel. Okay, wir gehen trotzdem nach diesem Ding auf jeden Fall nochmal zurück. Auch wenn wir noch nichts verbraucht haben. Aber ich kann theoretisch auch gleich einen Reparaturpulver verbrauchen. Bäh. Ich rede zu schnell. Einen Temperaturpulver verbrauchen. Und mir... Und mir dann vom Bürgermeister Neues geben lassen. Ich mache gerade ein bisschen Blödsinn. Ich werde zu hektisch. Da muss ich echt aufpassen. So. Da hinten sind noch drei Thun. Wahrscheinlich eine Falle. Und da ich weiß, dass das Gegengift respawnt. Oder mit wieder... Oh, da ist noch ein Gegner. Da ich weiß, dass mir das Gegengift zurückgegeben wird. Wenn hier wieder so eine... Aufnahme von Kristallmessers Feuer. Okay. Wenn hier wieder so eine Falle ist, dann weiß ich, was ich diesmal einsetze. Äh. Ah, okay. Ich muss aufrüsten. Erweiterungen anbringen. Das heißt, wenn da was eingebaut ist, dann wird das wohl eingespeichert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es bei mir jetzt auf dem Dolch. Dieser Bonus gegen... Gegen... Äh. Fliegende Gegner. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Außer Fledermäuse, die ich glaube ich one-hitte. Ja, die ich ziemlich sicher one-hitte. Ähm. Habe ich noch keine fliegenden Gegner. Ich werde auf jeden Fall... Jetzt kriege ich die Karte. Ja, geil. Okay, ich werde auf jeden Fall jetzt zurückgehen. Aber natürlich vorher das Schloss aktivieren. Und muss natürlich auch nochmal ein Reparaturpulver einsetzen. Wo laufe ich denn hin? Ja, und dann... Es ist auf jeden Fall sinnvoll in meinen Augen immer erst zurückzugehen, statt direkt zur nächsten Ebene zu springen. Ich weiß nicht, welcher Verrückte das tun würde. Weil dieses Spiel ist schon unverzeihend. Wenn du da nicht vorsichtig bist, dann... ...wirst du wieder zurückgesetzt. Aber jetzt... Geben wir auf jeden Fall zurück, auch um die neuen Atlas-Teile einzusetzen. Atlas-Teile oder wie auch immer. Feine Taste. Wir brauchen das hier. Und Abfahrt. Okay. Verlies kurzzeitig verlassen. Und dann schauen wir mal, dass wir hier Mini-Macho herholen. Ist ein bisschen neblig. Es scheint morgens zu sein. Ich teleportiere mich erstmal hin. Ich meine, das macht keinen Sinn, weil ich jetzt sowieso wieder in der Luft bin. So, wir geben dir erstmal deinen Bruder. Obwohl er klein ist, ist er der große Bruder. So, dann kriegst du wahrscheinlich den Anbau. Ja. Das Zimmer hier ist nämlich ein Lagerraum. Und die Hantel. So, und dann fängt es schon mal ganz gut an mit Macho. Und ich porte mich hier gleich mal hin. Da sieht man schon sein Zimmer. Das ist dran gebaut. Und gibt es hier irgendwas Neues. Also die Hantel ist jetzt halt da. Und ich weiß nicht, ob die schon... ...ob die in der Wohnung sind. Aber auf jeden Fall muss ich mit Mini-Macho reden, um herauszufinden, was der will. Das ist Komacho. Danke, Maro. Und was genau ist an diesem Feiertag passiert? Ich weiß, dass ein Licht vom Himmel kam. Und dass die Häuser verschwanden. Und danach erinnere ich mich an nichts mehr. Hi. Hast du meinen kleinen Bruder Macho gesehen? Ja, natürlich. Einer der coolsten Gegenstände, die es gibt, ist die Bombe. Man kann alle Monster in seiner Nähe einfach in die Luft sprengen. Rums. Das fühlt sich gut an. Ich habe gehört, dass etwas Gutes passiert, wenn man die Erholungsmedizin nie benutzt. Aber es kam nichts. Wer hat dieses Gerücht in die Welt gesetzt? Wie läuft der Kampf in der Höhle? Komm bei mir vorbei, wenn du Probleme hast. Ah, ich sag dir was. Falls du jemals im Verlies stecken bleibst und nicht weiterkommst, kehre an die Oberfläche zurück und lauf herum. Du, dort wirst du oft Gegenstände erhalten, die deine Abwehr verstärken. Mit anderen Worten, wenn du deine Kraft an der Oberfläche nicht sorgfältig aufrüstest, ist es weiter unten gefährlich. Ich habe etwas andere Ansichten über das Kämpfen als mein Bruder. Zum Kämpfen braucht man Köpfchen. Das Kämpfen fällt dir viel leichter, wenn du das meiste aus den Gegenständen im Verlies machst. Mein Bruder sagt, das stimmt nicht. Ich sag dir etwas Wichtiges. Um seine Waffen stärker zu machen, sollte man alle Monster mit ihnen töten. Das würde man meinen. Aber das ist ein großer Fehler. Wenn man einen Monsterstamm in einer Waffe mit einem Gegenstand tötet, verwandelt er sich in eine Erweiterung. Aha. Und besser noch, es verwandelt sich in eine Erweiterung mit dem Attribut des Schwachpunktes des Monsters. Um eine Waffe zu verbessern, musst du zwar die Waffe selbst benutzen, aber um die Kapazität wirksam zu verbessern, solltest du manchmal die Gegenstände benutzen und immer alle Erweiterungen haben, wenn du aufrüstest. Na und? Nützlich, was? Okay. Ähm, das heißt... Ach Gott. Wie soll das Dorf aussehen? Ich hätte das Haus gerne irgendwo, wo ich gut trainieren kann. Okay, sehr frohlieb. Das heißt, man soll diese Fläche, äh, diese Dinger da einsetzen und füllen und dann bringt das mehr, wenn man es upgradet. Gott, das ist so verwirrend alles. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das stimmt, weil ich gerade überlege. Ähm, als nächstes. Und wenn ich damit fertig bin? Ich gebe dir etwas, aber es ist geheim. Hier ein Tipp. Es ist härter als Stein. Okay. Ähm, wie soll ein neues Haus aussehen? Vergiss nicht den Zaun und die Lampe. Wir hätten den... Wir hatten den ganzen Kram wie alle anständigen Leute. Du weißt schon. Okay, Zaun und Lampe habe ich sogar. Aber was zum Trainieren habe ich noch nicht. Und hier ist jetzt das andere Zimmer. Und da sieht man einfach noch einen Boxsack auf dem Pad bisher. Lass mich hier kurz raus. Ich platziere euch den Scheiß. Aber ich weiß immer noch nicht, an welcher Position euer Haus soll. Und ich glaube... Ich weiß nicht. Die Straße könnte auch einfach gar keinen Nutzen haben. Irgendwann hat es, glaube ich, einen Nutzen. Ich setze die mal hier hin. So. Und gehe erstmal kurz zum Zusammenbaum. Zusammenbaum. Gebt ihr euch eine Lampe. Platz ist nachts praktisch. Lampe. Und Zaun umzäunt Haus. Platz umgibt ein Haus. Zack. Ereignis. So. Dann muss ich jetzt da rein. Aber ich habe auch noch Pages Haus noch nicht gesetzt. Haus von Angela Dyke und Tochter Paige. Das andere Haus der Macho-Brüder. Aber Paige existiert auch noch nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Das wollte ich nicht. Ich wollte es drehen. Aber... Ah, wenn ich es falsch drehe, dann sehe ich nichts. Oder wenn ich es hier hinsetze. Okay. Wir setzen es kurz da hin. Und gehen wieder zurück. So. Hier ist jetzt ein Ereignis. Und das ist eine Cutscene. Mehr oder weniger. Juhu! Maru, du hast es geschafft! Toll! Wir haben unser Haus wieder. Hier, das ist für dich. Behalte es. Was ist das denn? Steinbrecher? Okay. Ist wahrscheinlich für eine Waffe. Hey, Matto. Du passt kaum durch die Türen. Hey, das gehört mir. Hey, Bruder Erz. Was soll das denn werden? Das sage ich dir jedes Mal. Deins ist meins. Meins ist meins. So ist das zwischen einem großen Bruder und einem kleinen Bruder. Das halte ich nicht mehr aus. Hey, Bruder. Wir regeln das in einem Kampf. Ah, auf jeden Fall. Kloppen die sich jetzt da drin. Oh, Mann. Was? Mein Typ geht einfach wieder raus. Okay, ihr seht jetzt auch den Zaun. Und irgendwo... Oh. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich in eurer Nähe platzieren soll. Ich meine, außer einem Übungsplatz oder so. Hallo. Wie läuft der Kampf in der Höhle? Komm bei mir vorbei, wenn du Probleme hast. Ah, ich sage dir was. Bla, 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 bla. Okay. Verdammt. Noch eins. Der braucht immer noch was zum Trainieren. Das ist wichtig. Und ich weiß nicht, wo Macho rumspringt. Beide wollen einen Übungsplatz in der Nähe. Sind ja auch dasselbe Haus. Ich muss aufhören, das Falsche zu drücken. Ich hätte das Haus gerne irgendwo, wo ich gut trainieren kann. Okay, ich bin damit fertig. Und ist der Gegenstand, den ich dir gegeben habe, nützlich? Bei deinem dünnen Körper brauchst du so etwas, nicht wahr? Jetzt muss ich gucken, was Macho sagt. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Der steht wahrscheinlich irgendwo drum in der Gegend drum. Und das andere Haus bringt mir noch nicht viel auf. Vielleicht ist da irgendwo ein Item. Der steht hier nirgends rum. Weiß ich nicht. Muss ich erst suchen. Mach ich später. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Ich will jetzt noch zwei Dinge machen. Und zwar erstens mir dieses Haus angucken. Wo ich halt noch nichts anfangen kann. Aber das ist das Haus von Paige und dem Angler. Hier ist ein Tierband drin. Okay. Keine Ahnung. Muss ich mir gleich angucken. Dann kann ich da rein. Auch wenn hier niemand wohnt. Okay. Es wird drin. Dem Moment Nachmittag. So. Was haben wir hier? Da kommt wohl noch ein Zimmer hin oder so. Hier gibt es nichts. Ich glaube auch so gibt es normalerweise nicht. Vieh Stuff. Hier oben. Ah, okay. Ein lila Teddybär. Okay. Dann platzieren wir jetzt einfach noch kurz Straßen, Flüsse, Bäume und so ein Scheiß. In der Hoffnung, dass dadurch irgendwas passiert. Ich glaube nicht. Das ist ein bisschen suboptimal. Moment. Also, momentan hat das noch gar keinen Nutzen. Ich mache das trotzdem einfach mal, damit das wenigstens platziert ist. Und ich mache den Fluss hier rüber. Und die Bäume kommen irgendwie noch nebendran. Allerdings haben auch die nicht wirklich nen Nutzen. So. Jetzt muss ich aber ganz schnell rausfinden, was ich drücken muss. Jetzt muss ich aber ganz schnell zum Bürgermeister. Und meine Sachen wieder auffüllen lassen. Das eigentlich nur, dass es Reparaturpulver ist. Theoretisch kann ich mir das ja unendlich oft von ihm geben lassen. Während ich hier bin, kann ich das ja immer wieder füllen. Ich sehe gerade, das ist gar nicht so ein hohes Ding. 56 von 56. Das sieht nach einem gliffligen Auftrag aus. Ich habe deine Tasche wieder für dich aufgefüllt. Sei vorsichtig, ja. Okay, dann fülle ich das hier auch noch gleich auf. So. Ich gebe mir gleich noch eins. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Gut. Weil ich will hier keinen Blödsinn machen. Dadurch, dass ich zwei Waffen habe, habe ich allerdings den Vorteil, wenn die eine fast kaputt geht, kann ich normalerweise, außer ich bin verflucht, die Waffe wechseln, wenn ich nichts mehr zum Reparieren habe. Und eigentlich wollte ich ja jetzt noch mal ins Verlies rein. Nur das Problem ist, bis wir damit fertig sind, wir sind ja jetzt schon bei 22,5 Minuten, bis wir damit fertig sind, kommen wir wahrscheinlich komplett über die halbe Stunde oder so raus, die ich als Maximum haben wollte. Deswegen würde ich sagen, wir lassen es für diesen Part und diese Session und machen beim nächsten Part dann in Gebiet oder in Verlies-Ebene 3 weiter. Mit der Waffe, die ich habe, sollte das eigentlich schnell gehen und dann kann ich wahrscheinlich zwei auf einmal machen. So, das sieht auch so langsam ganz schick aus, was ich jetzt zusammen schuster. Okay, dann würde ich sagen, in dem Fall war es das für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach's gut und bis dann. Ciao.